Hallo, ich bin Carsten auf der Messe Düsseldorf und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ich bin heute nach Düsseldorf gefahren. Ich möchte heute auf die Tour Natur gehen. Das ist eine Nebenmesse der Caravan Düsseldorf. Das ist die größte Publikumsmesse rund ums Wandern Deutschlands. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit. Outdoor Kleidung 2030. Die gucken aber ziemlich finster rein. Ja, ich bin immer noch ein bisschen. Auch wenn es im Hintergrund ein bisschen nach Natur aussieht, sind wohl alles natürliche Materialien. Die haben hier ein paar Rasensoden reingelegt, ein bisschen Rollrasen, sodass es danach aussieht, als könnte man hier mitten in der Natur sitzen. Ja, ich habe mich jetzt hier mal hingesetzt, mache mal gerade ein bisschen Pause. Das ist schon anstrengend, wenn man so die ganze Zeit im Schlendertempo über die Messe laufen muss oder will. Ja, ich habe mir bis jetzt nur hier die eine Halle angeguckt, die Haupthalle, die Halle 6 ist es dieses Jahr. Mal schauen. Ich werde mir gleich noch die Nebenhalle angucken. Da geht es dann auch so ein bisschen um Camping und Campingbedarf. Ich brauche für nächstes Jahr ein neues Zelt. Mal schauen, ob ich was finde. Für wen lohnt sich jetzt diese Messe? Also für mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war ja letztes Jahr schon mal hier und da habe ich sehr, sehr viel Infomaterial hier rausgeschleppt. Ich habe mir vorgenommen, es dieses Jahr nichts zu tun. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Und bis jetzt ist es mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Also so viel habe ich noch gar nicht eingesteckt. Und was schön ist, ich war zum Beispiel gerade am Stand der Wasserwanderwelt, wo ich ja dann doch schon so ein paar Wege von gegangen bin, bis auf einen, also alle. Ich war am Neanderlandsteig Stand. Da bin ich tatsächlich auch erkannt worden. Und da hatte ich auch gerade ein nettes Gespräch. Also interessant ist es auf jeden Fall, sich mal einen Tag Zeit zu nehmen und mal mit den Leuten zu sprechen, die so die großen Wege organisieren, die so die großen Wege organisieren. Ich war gerade auch am, war vorhin auch noch am Stand vom Harzer Echsensteig, den ich ja vor zwei Wochen gegangen bin. Da hatte ich auch noch ein nettes Gespräch. Ja, habe mir für nächstes Jahr dann schon mal so ein, zwei Sachen angeguckt, die ich wohl gerne machen würde. Habe mir da was ausgesucht. Mal schauen. Ja, hier im Hintergrund sieht man dann auch die Einkaufsmeile der Messe. Hier kann man so den ein oder anderen Messerabatt vielleicht herausschicken aus verschiedenen Bereichen. Outdoor-Kleidung, Outdoor-Ausrüstung und teilweise sogar Foto und Video. Mal so einen kleinen Ausschnitt hier aus dem Ausrüstungs-Shopping-Center. Im letzten Jahr war ich auf dem Samstag hier. Da war es natürlich wesentlich voller. Jetzt ist hier zwar auch einiges los, aber das kann man ganz gut aushalten. Ja, wer gerade Ausrüstung braucht und Ausrüstung sucht, kann eventuell schon so das ein oder andere Schnäppchen machen. Ja, und wer schon mal ausgiebig ein E-Bike testen wollte, ist hier kein Problem. Ja, und hier kann man dann, wenn man möchte, verschiedene Schneeschuhe ausprobieren. Ja, mal gucken. Nächsten Winter probiere ich es in meinem Schnee aus. Ja, ich bin jetzt hier gegenüber vom Deutschen Alpenverein. Hier gibt es eine kleine Boulderwand oder einen Boulder-Turm. Und der wird auch recht gut genutzt. Ich bin jetzt schon mal. Bei mir ist der muss ich jetzt hier zuerst mal gucken. Und hier gibt es eine Fallbohnwagen. Der sich auch noch selber aufhaltet. Wird einfach mit Luft aufgeblasen. Und schon klappt sich das Ding auch. Nicht nur Indoor E-Biking, auch Outdoor haben sie hier eine E-Biking Strecke eingerichtet. Man merkt schon, dass es auch gleichzeitig Caravan Salon ist. So, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen was von der Messe zeigen, euch ein bisschen Eindruck verschaffen, was so auf der Tournatur der größten Wandermesse in Deutschland so los ist. Also ich habe ganz interessante Gespräche geführt mit Anbietern von Wanderwegen, mit Leuten aus Touristikzentren. Ich habe mir jede Menge Anregungen holen können. Ich weiß, dass einige sagen, es lohnt sich nicht, hier hinzukommen. Weil man sieht ja quasi auch nur das, was man im Internet sieht. Aber ich finde schon, dass es sich lohnt. Vor allen Dingen, man kann auch mal mit der einen oder anderen Person quatschen. So, jetzt bin ich endlich vom Messergelände runter. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020